Und damit einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu einer neuen Folge von VlogArbeit. Ja, ich bin schon auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben echt circa halb sechs oder 20 nach sechs. Weil der Zug aktuell nur noch stündlich fährt, bin Baustellen-Machnahme. Ja, ich bin wieder zurück auf den Urlaub und ich habe schon circa zwei Wochen gearbeitet. Und ich nehme euch einfach heute mal wieder mit. Ja, wegen dieser ganzen Baustelle komme ich immer so circa zwei, drei Minuten nachdem ich auf der Baustelle an. Somit trinke ich dann noch einen Kaffee und dann geht ich dann ab in die Arbeit. Ja, das sind alles E30-Kabelunnen. Die wurden hier jetzt befestigt. Das ist für Notbeleuchtung, sodass im Brandfall soll echt dann so sein, dass die erst nach 90 Minuten erst zerstört werden dürfen als alles andere. Und ja, das ist auch immer irgendwie ein sehr großer Axt, der überhaupt zu verlieren und immer ein riesiger Aufwand. Das ist einfach nur für ein paar Kabel. Ja, wir sind fertig geworden. Ähm, es passt soweit alles. Und dann machen wir jetzt noch alles aufräumen und dann geht ich wieder ab nach Hause. Und somit auch vom heutigen Tag. Schönes Wochenende. Schönen Tag. Tschüss. XML